Herr Pazderski, Ziel der AfD war es, den Ministerpräsidenten abzulösen. Das hat nicht geklappt. Was genau hat Björn Höcke, dem Sie ohnehin kritisch gegenüberstehen, falsch gemacht? Ich denke, zunächst mal war das Ziel, Rot-Rot-Grün abzulösen. Und das ist ja gelungen. Offensichtlich hat Rot-Rot-Grün nicht geliefert und ist deshalb auch abgewählt worden. Über was ich mich hier eigentlich wundere, ist, wie wir um das Thema rumeiern. Wir müssen doch einmal fragen, warum wählen 23,5 oder 6 Prozent die AfD in den neuen Bundesländern und in Thüringen, in Sachsen sogar 27,5 Prozent. Warum ist das das zentrale Thema? Weil ich glaube, dass wir... Wir können auch die 30 Prozent für die Linken beteiligen als das zentrale Thema verstehen. Ich glaube, aber wir müssen uns darüber klar werden, dass offensichtlich die Themen, die die Politik im Moment anspricht, nicht das oder die Themen sind, die tatsächlich den Menschen auf den Nägeln brennen. Und es gibt erhebliche Probleme, die wir sehen. Es ist die Migrationskrise. Leute fühlen sich nicht mehr mitgenommen, haben Angst vor Überfremdung. Es ist die innere Sicherheit, die wir sehen. Es ist tatsächlich so. Sie müssen sich nur mit den Leuten unterhalten auf der Straße. Da stellen Sie fest, dass man sagt, die Themen oder die Parteien, die jetzt an der Regierung sind, die kümmern sich gar nicht um die Themen, die uns eigentlich berühren. Ihre Partei macht das Land unsicher. Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Macht das Land unsicher. Ach, erzähl doch nichts. Und dann sitzen Sie da und erzählen, was wir unsichern haben. Nein, erzählen Sie bitte kein... Ich kann Ihnen nur sagen, Sie sehen die Demokratie vollkommen wegschwimmen. Ich kann Ihnen sagen, die AfD ist das größte Demokratieprojekt der letzten Jahre. Wir haben es immer wieder geschafft, dass wir die Wahlbeteiligung nach oben getrieben haben. Ob man nun die AfD wählt oder nicht, das ist doch vollkommen egal. Wir haben die Gesellschaft wieder politisiert. Und die Gesellschaft, die Wähler gehen wieder zur Urne, weil sie entweder gegen die AfD stimmen oder für die AfD stimmen. Und ich denke, das wollten wir doch. Wir haben lange drüber uns aufgeregt, dass es eine Politikverdrossenheit gibt. Mittlerweile haben wir die Leute, die an die Wahlurne gehen und sagen, ich wähle nicht die AfD oder ich wähle die AfD. Aber Herr Pazeski, um die Kirche im Dorf zu lassen, muss man sagen, Sie haben 23,5 Prozent. Im Moment, nach der jetzigen Hochrechnung, die wir kennen, das heißt aber auch umgekehrt, dass Sie 76,5 Prozent nicht gewählt haben. Die SPD haben zum Beispiel 91,5 Prozent nicht gewählt. Das muss man auch sagen. Das ist doch keine Argumentation. Aber Herr Hagelhoff...